Das Prunkstück des Modelleisenbahnclubs Bahnhof Lösnitz ist seine H0-Club-Anlage als originalgetreuer Nachbau des Bahnhofs Aue im Zeitraum der 1970er und 80er Jahre. Wer diese Anlage im Maßstab 1 zu 87 und weitere Modellbahnlandschaften sehen will, sollte am kommenden Sonnabend oder Sonntag die Ausstellung des Vereins im neuen Lösnitzer Zentrum für Kultur und Begegnung ansteuern. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.